Gott gab uns ein Gesetz, doch waren wir zu schwach, dass wir es hätten halten können. Wir kingen nur den Sünden nach, kein Mensch war fromm zu nennen. Der Geist blieb an die Fleische kleben und wagte nicht zu widerstreben. Wir sollten in Gesetze gehen und dort, als wir in einem Spiegel sehen, wie unsere Natur unartig sei und dennoch blieben wir dabei. Aus eigener Kraft war niemand fähig, der Sünden unart zu verlassen. Er mocht auch alle Kraft zusammenfassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017